Die Situation in der Ukraine spitzt sich zu und die Märkte sind noch mal einmal nach unten gegangen, aber offensichtlich Entspannung. Zumindest mal an den Märkten wollen wir mal hoffen, dass niemand wirklich persönlich zu Schaden kommt. Das wäre ja eine der wichtigsten Punkte, aber wir wollen uns auf die Börse jetzt hier konzentrieren und da sehen wir, dass der Kurs ordentlich noch mal runtergekommen ist im heutigen Tagesverlauf ebenfalls, also noch mal aber schon wieder auf dem Weg nach oben und das eigentlich von einem wunderbaren Unterstützungsniveau. Also hier war das Tief, das war dieses Cluster, was wir mal angezeigt haben. Das ist jetzt hier der DAX Future und hier ist der Kurs aktuell. Daran könnt ihr sehen, dass das schon deutlich höher ist und ihr seht das hier auch noch mal beim DAX Index. Da hatten wir hier im Wochenchart, das ist wirklich im langfristigen großen Bild, da haben wir so ungefähr diese Zone. Ihr erinnert euch, gestern war hier noch so ein bisschen Luftschlange, habe ich da so reingezeichnet. Das ist so dieser Bereich, wo der Markt hinfällt. Bislang also noch alles safe für den bullischen Markt. So komisch das klingen mag, der Kurs geht nach unten, noch ist alles safe. Noch dürfen wir uns nicht ärgern oder aufregen, denn das, was wir aktuell sehen, ist im Prinzip nichts anderes als ein ähnliches Pandor zu dieser Geschichte. Das muss von der Form nicht so aussehen, aber ungefähr die Größenordnung entsprechen. Und ihr seht, das, was wir hier vorne haben, ist das, was wir hier haben. Deshalb ja auch die grüne Linie und die markiert genau eben das ähnliche Ausmaß, wie wir es vorne haben und alles ist noch safe. Nur je tiefer wir da drunter gehen, im Moment sind wir ja nicht tiefer da drunter, aber wenn wir da drunter fallen und je tiefer wir gehen und insbesondere, wenn wir durch die Tiefs im September gehen, dann ist tatsächlich ernst nochmal Gefahr angesagt. Das würde ich als eine ernstzunehmende Drehbewegung mal wahrnehmen. Das würde tatsächlich auch die Chance deutlich eröffnen, dass wir nicht nur hier in diesem Umfeld bleiben, sondern ernsthaft doch mal wieder uns über dieses hier Gedanken machen müssten. Eigentlich als Pandor zu der Geschichte, die wir hier vorne hatten, nur offensichtlich noch mal eine Nummer größer. Da könnt ihr sehen, wie das aussieht. Hier vorne nochmal das ABC, hier das ABC und danach die scharfe Bewegung. Und genau das gleiche, eine Nummer größer, hier das ABC, hier das ABC und dann hier diese scharfe Bewegung. Das nennt man eine Seitwärtskorrektur. Konkret mit diesem scharfen Verkauf am Ende sagt man dazu Flat. Wundert euch nicht, Flat sieht das ja nicht aus wirklich, aber so heißt das Ding halt jetzt hier. Und ist eine ganz normale Korrektur, die regelmäßig vorkommt. Die kommt hier auch im kleineren vor, wackelig runter, wackelig hoch, hier wieder runter. Also das seht ihr das gleiche Muster hier in klein. Hier seht ihr es eine Nummer größer und vielleicht sehen wir das in Kürze ja noch eine Nummer größer hier in diesem Fall. Aber solange wir da oben sind, sind noch beide Optionen absolut offen. Aus meiner Sicht ist das ja auch gar kein richtig relevanter Umkehrpunkt, hier keine richtige Unterstützung. Das allerdings schon, denn das würde bedeuten, dass die Aufwärtsbewegung überschneidend ist, die wir seitdem haben. Und das wollen wir ja möglichst vermeiden. Je mehr Überschneidung es gibt, desto fraglicher ist es als Bewegungsrichtung. Und unterstützt wird das Ganze ja auch im Tagesverlauf, denn hier ist es ja ebenfalls ganz schön wackelig im Moment runter, weshalb man noch die Vermutung haben kann, wenn wir Glück haben, ist das alles doch nur noch korrektiv und das wäre ja erstmal ganz okay. Aktuell der DAX aber auf dem Weg nach oben. Also wir sehen, dass der Kurs nach dem Gap hier, nach dem deutlichen Rutsch hier tiefer, nun jetzt tapfer auf dem Weg nach oben wieder unterwegs ist. Das ist die gute Nachricht, die wir jetzt hier im Moment mal sagen können, so weit so safe. Und wir sehen sogar, dass wir hier im Moment halbwegs überlappungsfrei unterwegs sind. Und das gibt ein wenig Mut im Sinne von, okay, wenn das jetzt hier so die erste Aufwärtsbewegung ist, wenn es danach eine Korrektur gibt, also sprich keine scharfe Abverkäufe mehr, wenn die jetzt wegbleiben, dann haben wir den Richtungswechsel geschafft. Ihr seht hier nochmal das alte Bild. Hier haben wir das, dann haben wir hier diese A, B, C und quasi nochmal die Fortsetzung. Keine Sorge, konnte man nicht handeln wegen Gap. Der Kurs hat ja da kurz vorher kurz, das heißt sogar an der Marke, knapp drunter halt. Also theoretisch hätte man hier schon shorten können, wenn man das Risiko über Nacht halten will, zumindest mal hier beim Index. Ist das hier quasi knapp getriggert worden und eben die Fortsetzung nach unten. Und jetzt haben wir zumindest mal im Moment eine, wie ich finde, eher überlappungsfreie Situation hier. Und wenn es jetzt sehr schön wackelig runtergeht, dann die Chance auf eine Fortsetzung. Yeah, kurz auf Nord, könnte man meinen. Tatsächlich sieht das auch bei den Futures in Amerika zumindest mal im kleinen Zeitfenster. Also wenn wir hier im Fünf-Minuten-Chart uns das angucken, eher gar nicht so schlecht aus. Zack, hier die Pause, zack, hier die Pause, vielleicht hier die Fünfte nochmal hinten dran. Aber damit sind wir nur in diesem Ende. Boah, kann doch sein, theoretisch, dass er jetzt erstmal nach oben kommt. Wie weit werden wir dann sehen, aber vorläufig zumindest mal die Abwärtsbewegung für unsere Nachmittags- und Abendshändler gestoppt ist. Das sieht sogar sehr ähnlich aus wie das, was der S&P hier gemacht hat. Also irgendwie sowas in der Richtung hier. Vielleicht geht es ja noch ein bisschen höher. Aber nach dieser Bewegung, die wir jetzt haben, mit hier einer großen Pause, hier mit einer größeren Pause, vielleicht dann die letzte Fortsetzung hier und anschließend die Korrektur. Ihr seht, ich schmiere das so, weil mir das gar nicht so darauf ankommt, dass das so exakt ist. Sondern es ist der Tenor dieser Bewegung, der im Moment eher positiv ist, weil diese Kursbereiche nicht überschneidend sind. Und das ist etwas, was meistens vorkommt, wenn der Kurs nicht mehr so richtig die Power hat. Das ist nicht immer eine Garantie, aber wenn ihr das so klar unterscheiden könnt, diese beiden Bewegungsrichtungen, dann ist das eigentlich eher ein positives Zeichen, zumindest mal aktuell. Gleiches gilt übrigens auch für die Nasdaq oder der Nasdaq Future jetzt hier. Zack, hier vorne hatten wir eine Pause. Zack, hier war eine Pause. Beides sind eben korrektive Bewegungen. In der Mitte stark, vorne recht stark, hinten recht stark. Jetzt eigentlich so eine Pause wäre klasse. Und die muss natürlich nicht exakt so aussehen. Die könnte auch einfach nur ABC sein. Hier, so sehen Pausen entweder aus oder ABC, so sehen Pausen aus. Das ist so ein Klassiker, wenn ihr die Dinger seht, also wenn ihr irgendwas dreiwilliges, also ABC seht, dann ist das häufig, wenn das eine Gegenbewegung, die dann, wenn sie getriggert wird, eine Fortsetzung der vorangegangene Geschichte da eben nochmal mit sich bringt. Und so ähnlich hatten wir es hier ja auch. Also wenn ihr so eine Pause habt, das und das getriggert wird, dann gibt es nochmal eine Fortsetzung, in dem Fall nach oben. Also sieht gar nicht so schlecht aus. So, oder das sah nicht so schlecht aus. So, wenn wir das jetzt hier als den Fünffäller tatsächlich begreifen wollen, und jetzt macht er eine ABC, Frage, wie tief geht er, wie muss die Bewegung aussehen und wo kann man denn dann long gehen? Für uns ist es so, machen wir es mal anders, die Fibonaccis sind da eine Idee oder ein Ideengeber, wie tief das geht. Und das stellen wir mal, das ist der Tiefpunkt, den wissen wir ja nun schon, und tun wir mal so, als ob das der Hochpunkt bleibt. Das wissen wir noch nicht genau. Es kann sein, dass er vorher noch weiter steigt. Aber dieser Bereich, wenn er in diesem Bereich jetzt zurückfällt, ja, aber was, wenn er weiter steigt? Na, wenn er weiter steigt, muss ich halt von dem höheren Punkt, also vom Tiefen zum höheren Punkt messen. Dann werden die Linien leicht nach oben rutschen, aber das Prinzip bleibt das Gleiche. Das wäre idealerweise die Zielbox einer Korrektur. Das kann manchmal tiefer sein, hier vorne war es tiefer, das kann manchmal weniger sein, aber nach einer fünffälligen Bewegung ist sehr häufig die Anschlussbewegung in diese Zone. Das wäre eigentlich ein guter Hinweis, dass es nicht zu groß ist. Also hier drunter wäre mir eigentlich eher zu groß. Kann auch sein, hier hat es ja auch geklappt, obwohl er sehr tief runtergekommen ist. Aber klassisch, das ist so die Lieblingszone, wo der Kurs hier reingeht. Ich mache das mal größer, dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser noch erkennen. Aber dann seht ihr hier so um die 13.900, beim Märzkontrakt DAX Future beispielsweise ist das jetzt hier. Und hier haben wir ungefähr 13.780. Das darf auch ein bisschen tiefer gehen, aber in dieser groben Ecke hier, da müsste der Kurs hin. Das ist einfach. Ja, aber er soll auch auf eine bestimmte Art und Weise hingehen. Wie muss die idealerweise aussehen? Möglichst A, B, C oder wenn schon nicht A, B, C, dann wenn, dann mit Gegenbewegungen, die häufig sich überschneiden. Wenn wir das haben, dann haben wir ja auch Zwischenhochs. Das geht übrigens bei A, B, C auch so. Wenn wir eine A, B, C haben, haben wir auch so ein Zwischenhoch. Und das wäre dann ein sinnvoller Trigger, um davon auszugehen, dass wir das, was wir vorne stark hatten, da hinten nochmal bekommen. Das klingt jetzt für einige vielleicht viel zu komplex, viel zu wild, aber eigentlich ist es gar nicht so wirklich schwierig. Sprich, man muss nur gucken, wo ist die Korrektur, guckt sich inzwischen hoch davon aus, häufig das in der Mitte, also so ungefähr so auf halbe, halbe. Der Markt liebt immer so Symmetrien. Ist leider nicht immer so, aber wenn es so schön symmetrisch ist, lassen sich die Dinge auch gut erkennen. Und dann im Prinzip das, was wir als erste Welle hatten, nach dieser ersten Korrektur, also sprich der zweiten Welle, ist das sehr realistisch. Ist das eine fortgesetzte, dann wissen wir natürlich nicht, wie weit die geht. Also da kann man nicht unbedingt 1 zu 1 gehen. Also hier zum Beispiel, der ist weniger als 1 zu 1, der ist hier länger, der vordere. Aber das ist ja auch nicht die erste Bewegung, der kam ja von hier unten. Also das gilt mit der Verlängerung 1 zu 1 oder länger, insbesondere dann nach der ersten, der zweiten und dann für die dritten. Die ist nämlich genauso lang oder eben länger. Und wenn sie länger ist, dann spricht vieles dafür, dass es sogar ein Fünffäller wird. Das ist halt sehr häufig so. Das muss nicht so sein, aber es ist häufig so eine Orientierungshilfe, dass der Markt in Trendrichtung so 1, 2, 3, 4, 5 mäßig geht hier. Also irgendwie sowas in der Richtung. Das ist mal auffälliger, mal weniger auffällig, aber sowas in der Richtung kann man immer mal so im Auge haben, wenn man sieht, ist ja besonders gut. Also aktuell gar nicht so negativ. Ich würde mir allerdings vorstellen jetzt, dass das aktuell erstmal so ein bisschen runter geht, wie ich es eingezeichnet habe. Dann allerdings durchaus, dass wir mal den Dreh hier nach oben bekommen, dass der Kurs hier nochmal nach oben geht. fände ich gar nicht so schlecht. Und ich muss sagen, selbst in diesem Bild hier fände ich das gar nicht so schlecht. Ich habe das zwar letztens etwas anders argumentiert, aber wenn ich mir das jetzt so angucke, wir hatten gesagt, das sieht so ein bisschen überschneidend aus. Eigentlich ist das entweder korrektiv, dann müsste es nach oben gehen, oder es ist etwas, wir sagen dazu, ein Ending Diagonal. Da müsste es aber in der fünften Welle vorkommen. Das heißt, wir müssten hier irgendwie so eine Erste, eine Zweite, eine Dritte, eine Vierte und eine Fünfte haben. Ach, das würde ja auch passen. Ja, aber es ist ja wieder ein anderes Bild. Richtig, aber beide sprechen dafür, dass der Weg danach nach oben geht. Der eine sagt halt bis hier hin und der andere sagt halt irgendwo noch höher da oben. Das wissen wir noch nicht genau. Das wird sich wohl hier irgendwo entscheiden in der Box. Wie kommt man auf diese Box? Naja, eigentlich genauso, wie wir das eben hatten, nämlich vom höchsten Punkt zum tiefsten Punkt messen und dann eben wieder hier unsere Klassiker in der Mitte. Also sprich, das, 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 das als Gesamtbewegung auffassen, vom höchsten Punkt zum tiefsten Punkt, die Fibonacci-Levels und dann kommen wir ungefähr, ein bisschen tiefer, ein bisschen höher, da ungefähr wieder auf die Box, die wir da eben genannt haben. Werte könnt ihr hier ablesen, aber hängt ja noch ein bisschen davon ab, ob dieses Tief hier bleibt. Also es sieht tatsächlich aus, als ob wir für die nächsten vielen Stunden oder mehreren Tage, vielleicht sogar eine Aufwärtsbewegung da mal erwarten können. Vorsichtig, noch nicht begeistert sein, denn ihr seht, das Szenario, was ich hier mal gezeichnet habe, lässt es durchaus zu, dass wir hier in diese Kiste nochmal reinmarschieren und dann nochmal hier runterlaufen. Das halte ich für gar nicht so abwegig. Es wäre eigentlich sogar ein sehr schönes Bild für die, für das Gesamtbild, also eine ordentliche Korrektur. Dementsprechend, das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf nochmal haben. Aktuell, das sieht aber gar nicht so schlecht aus, ziemlich verheißungsvoll, insbesondere nach einer ABC-Korrektur oder irgendwie was Korrektives nach unten für nochmal die Long-Seite. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag. Vielen Dank. Vielen Dank.